Achtung! Dieses Video enthält Sequenzen mit hoher Lautstärke. Hallo liebe Freizeitpark und Achterbahnfans und willkommen zu einer Spezialausgabe des Formats 10 Europapark Geräusche die jeder kennt oder auch nicht. Heute sind es nicht direkt zehn Geräusche, sondern vielmehr fünf Europapark Soundtracks die jeder kennt oder auch nicht. Wie in den anderen Videos hört ihr immer einen kurzen Ausschnitt eines Europapark Soundtracks und seht anschließend die Auflösung. Viel Spaß beim Mitraten und spitzt die Ohren! Los geht's! ... ... ... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie viele der 5 Soundtracks ihr erkannt habt. Ich denke für wahre EP-Fans wird das kein Problem gewesen sein. Von mir war's das jetzt, bis dahin bleibt dran, ciao!